ich helfe dir mal ein bisschen dass er nicht so gesund aus was er da gemacht hat so 179 stück easy jetzt können wir wetten gehen ich bin ja direkt zusammenbauer gelaufen weil ich dachte da sind bestimmt wölfe aber habe ich erst mal nichts gesehen gehabt wir werden bestimmt jetzt welche finden wir dahin laufen so hier zack hier kannst du mich zum bären führen du kannst es im südosten versuchen sodass nicht gerne in höhen und in der nähe von stauseen nieder also warte mal kurz was trinken und ich muss mal fix was essen gleich bevor wir losgehen so die pfeile habe ich noch ich kann mir keine neuen machen aber ich habe ich noch 19 ich hätte noch eisen feine die theoretisch mitnehmen könnte ich weiß noch nicht ob es verschwendung wäre brauchen wir eigentlich auch im frühling und so brauchen die da eigentlich auch brennholz für aber ich würde mal kurz was schauen das holzfäller der stellt eigentlich auch direkt brandholz her und ich kann nicht mal ich gehe mal kurz gucken wegen brennholz ich habe ja noch mal ein bisschen was nachgelegt gehabt oh der baum ist gewachsen unsere stümpfe sind nachgewachsen hat zwei jahre gedauert in game sehr cool wir haben endlich einen baum in der mittel so wollte ich das haben jetzt müssen wir da drumherum nur noch ein paar gebäude bauen ich glaube das kommt cool am ende voll geil okay das macht mich jetzt glücklich so war dann brennholz äh 52 das sollte aber reichen eigentlich prinzipiell sollte das passen ich habe noch rundhölz dabei ja doch doch ich packe das mal aus ach so ich wollte dings mitnehmen ich nehme mal die eiseln äh nein halt so de la auf die sechs bitte gut dann gehen wir mal schauen ja ich habe das eingestellt dass sie selber auch dings herstellen da unten hier ist die mine also ok hoch also hier so zwischen müsste das dann sein hier ist wahrscheinlich die mine wenn ich mir das hier so richtig angucke na gut hoch laufen wir jetzt erst mal dann wird aber da muss ich dem fluss entlang eigentlich nur folgen na mal gucken wir gehen einfach mal beide wege ach so halt warte ich würde noch was essen vorhin bevor wir zielo stiefeln ähm so warte mal wir haben hier nämlich noch ein bisschen fleisch ich nehme die jetzt einfach mit unterwegs save auch wolfe ich brauche eigentlich nur einen einzigen wolf aber ich bin ja ausgestattet so warte mal der fluss verläuft ja da lang wird jetzt einfach dem fluss folgen ehrlich gesagt dann das erste mal direkt rechts abbiegen da müsste ich ja direkt ja doch dann komme ich da eigentlich direkt an na dann brechen wir mal aus hoch auf meine ich nicht aus ausbrechen brauchen wir nicht unsere felder sollten ja eigentlich gemacht werden so blattwegerich habe ich dabei blockade lösen habe ich doch letztens erst ich habe doch letztens erst blockade lösen eingestellt unter escape oh achja das war das hier warte mal jetzt muss ich nach da 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 ist ein hirsch den brauchen wir eigentlich auch noch ich würde aber meine pfeile gerade eher für bären benutzen ich habe noch nie einen bär hier drum gesehen ich bin gespannt wie schlimm es wird den brauchen wir leider noch wir müssen jetzt aber auch alle hier haben für die eine quest tatsächlich guck mal eben nochmal unser journal ja die haben wir fertig einen wolf brauchen wir noch einen wisent und ein bär okay ich habe ein bisschen respekt weil ich noch nicht weiß was auf mich zukommt jetzt nur wenn wir bären jagen warte wo bin ich jetzt so ich muss weiter nach da hier ist gebirge bürger was ist das da ein stein okay so schön wäre es wenn ich schon eine spitze hätte dann könnte ich zumindest das schon mal in in die mine ein bisschen was abbauen aber ich glaube das bringt mir jetzt auch noch gar nicht so viel jetzt wird es auch noch dunkel blöd warte mal kurz wir müssen nach das ist ein bär das ist noch ein bär brennt der jetzt auch wo ist denn der hin oh gott ich habe angst ähm ich habe den getroffen okay der bär möchte sich anscheinend nicht bewegen das ding ist ich müsste eigentlich in richtung seines kopfes ist noch easy snack bewegt sich halt nicht keine feile ich habe keine feile ich habe noch feile ich weiß dass ich feile habe hallo bogen ähm ne jetzt so also man sieht dass ich ihn treffe aber irgendwie kann der mal zu mir gucken ich werde den anderen grad eigentlich ungern triggern ich werde den anderen grad eigentlich ungern nie nicht da runterrollen ach du dummer bär ich brauche meine feile zurück ach ach Ah, äh, ich, ich möchte abbrechen. Kann ich aber nicht. Ah, egal. So, wir schießen halt nochmal rein. Kann ich den Schuss irgendwie abbrechen? Okay, haben wir erledigt. So, dann haben wir eigentlich auch diese Quest geschafft. Dafür kriegen wir 400 Münzen und einen Langbogen, den wir dann hier abgeben können. Haben wir das überhaupt noch? Okay, die Quest mit dem Langbogen ist gar nicht mehr da, oder? Ich glaube, die ist gar nicht mehr da. So, warte mal, bei uns fehlt immer noch ein Wiesent und ein Wolf. Und da ist auch die Mine. Scheiße, dass ich keine Spitzer gehabt habe. So, warte mal, ich nehme mal wieder die steinernen Pfeile. Die Steinpfeile. Die steinernen Pfeile. Fünf Stück. So, vielleicht finde ich hier ein Wölfchen. Eins würde mir genügen, ehrlich gesagt. Marie, brauche ich keine mehr. Äh, trinken. Äh, warte kurz. Wir müssen... Hier lang. Gut, ich habe ja sonst zur Not noch Heilungsshit dabei. Oh, shit, ist das dunkel hier. Ach. Soll ich echt durch den dunklen Wald latschen? Ja, nett. Das ist ja nett. Aber gut, vielleicht finde ich hier doch was. Warte mal. Ist ja einfach zu duister, um irgendwas zu erkennen, ne? Ich habe Pfeilenbogen, ja. Ja, ist ja eine Questaufgabe. Warte mal, muss ich hier den... Ich könnte auch, warte mal. Ich könnte doch auch hier... Nee. Na, ich müsste nicht hier lang. Ich weite schon auf das Geheule aus dem Wald, ehrlich gesagt. Komme mir vor, wie Rotkäppchen hier gerade. Nur, dass ich den bösen Wolf suche. Also, warte mal. Ich kann aber eigentlich für euch die Fackel anmachen. Kriege jetzt weiter nach hier eigentlich. Und dann sind wir auch schon da. Ja, gut zu wissen, denn da haben wir ja sogar eine Mine in der Nähe. Voll gut, ja. Also, dass die Bären nicht auf mich zugerannt sind. Also, ich glaube, die waren einfach ein bisschen... Nimm das Spur, die Guys, ey. So, warte mal. Das Unigust. Hier irgendwo. Obwohl, gar nicht. Wir müssen jetzt zu Alvin. Hey, Alvin, innerhalb von acht Stunden habe ich das geschafft. Hier, bitte schön. Schau mal. Hat jemand einen großen, bösen Bären bestellt? Du weißt nicht, wie man gewinnt. Wirklich? Ich dachte, das ist das Einzige, was ich tun kann. Gut, das ist genug. Hier ist mein Bogen. Du hast ihn dir verdient, denn das ist besser als ich. Das warst du schon immer. Du musst es mir nicht geben. Ich mag einfach den Wettstreit. Nein, du hast fair und ehrlich gewonnen und ich verdiene es nicht. Ich sollte wieder auf dem Feld arbeiten, wie es mir mein ganzes Leben lang beigebracht wurde. Ist das dein Ernst? Ja, und versuch nicht, meine Meinung zu ändern. Träume sind schön, aber das wirkliche Leben ist etwas ganz anderes. Wenn es das ist, was du wirklich willst, ist es in Ordnung. Wenigstens hattest du ein Abenteuer, richtig? Das ist wahr und ich danke dir dafür. Jetzt ist es für mich an der Zeit, zu meinen Pflichten zurückzukehren. Pass auf dich auf, mein Freund. Bis später. Geht an, wo du hingehörst. Aufs Feld. Bären bestellt. Ich warte seit drei Tagen unter Prime. Das ist ein Quatschkopf, ey. Ich würde mal ganz fix unsere Felder angucken gehen. Wir haben jetzt auf jeden Fall wieder Fleisch. 32 Fleisch. Apropos Fleisch. Warte mal, ich werde mal noch das, was eh abläuft hier gerade in unserer Tasche. Weg snacken. Können wir gleich nochmal Fleisch braten. Wobei, ich glaube, ich habe noch Karotten. Im Prinzip kann ich auch, ich glaube, ich kann sogar Eintopf herstellen. Sollte zumindest nicht möglich sein. So, meine Leute machen ja die Felder hier hinten, ne? Ich habe ja jetzt auch extra einen Ersatz eingestellt, wenn unsere Inga das Kind bekommt. Dass dann einer noch das Feld bearbeitet, das macht der auf jeden Fall. Ich muss gleich mal gucken, was der noch so für Qualifikation hat. Oh. Achso, das Weizen. Hä, und was ist das? Zwiebel? Wieso habe ich hier einen Weizen drin? Ohne. Yikes. Aber die Felder sind soweit. Karotten. Fertig. Hier unten muss noch gepflügt werden. Das habe ich doch eingestellt, oder? Warte. Ja. Muss noch gemacht werden. Ja, sonst sind die soweit fertig. Sehr schön. Was kann denn der Boy, den ich habe eigentlich noch so? Lass mal kurz schauen. Fliegen ist, wenn sie es auch sehen können. Achso. Okay, alles klar. So, warte mal. Jagen hätte der drei. Warte mal. Ich habe aktuell einen Jäger, der hat nur eine Eins. Das wäre das Zeichen hier. Das ist aber auch Feld, oder? Das hier. Weil das steht ja hier für, oh nee, gar nicht. Warte mal. Das steht hier für Landwirtschaft. Ach, das ist Diplomatie. Okay. Gut, dann hat der Feld dabei zwei. Und im Jagen hätte der eine drei. Und mein aktueller Jäger hätte eine drei. Warte mal. Ich glaube, ich tausche die um. Das macht, glaube ich, mehr Sinn, ehrlich gesagt. Wenn wir den hier als Jäger. Du bist ab jetzt Jäger. Und dann ist der Odon. Der macht dann Feldarbeit. Äh, warte mal kurz. Scheiner. Feldarbeiter. Ich glaube, das macht so mehr Sinn. Erste ist, erstes Feld. Zweite Produktion. Produktion, okay. Dritte Diplomatie. Abbauen. Jagen. Und sammeln. Okay. Ich glaube, so macht das auf jeden Fall mehr Sinn. Er hat den drei im Jagen. Das ist eigentlich ganz nice. Und der hat auf jeden Fall besser in Feldarbeit. Ich glaube, so ist das cool. Guti. So, warte mal. Jetzt gehen wir mal schnell schauen, ob ich Eintopf machen kann. Wir haben noch Karotten. Oder brauchte ich noch was? Ich weiß es gar nicht mehr. Warum ist hier ein Speer drin? So, ich bin ein bisschen überladen. Mal gucken. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das gewesen ist. Ich weiß nämlich nicht mehr, wie das gewesen ist. Also, ich bin ein kleinerer Kopf. Ich weiß nicht mehr, wie das gewesen ist. Es gibt nichts mehr, wie das.